Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben uns bemüht, hier ein vielfältiges Programm für dieses Adventkonzert zusammenzustellen. Das geht, der Bogen spannt sich von herkömmlichen Adventliedern bis zu neuartiger Musik, bis Hugo Distler und auch Max Reger. Das heißt also, wir versuchen hier wirklich den Geschmack des Publikums weitestmöglich zu treffen. Mein Gott, mein Gott, neue Leiterzeit, stimmend langen Fall. Ja, es war wunderschön, sehr besinnlich und auferbaulich und es tut uns ganz besonders gut in der Zeit. Und wir sind froh, dass wir solche Veranstaltungen wieder durchführen können. Singet die Mölder, Wommerschein, Halleluja, Halleluja. Gündet uns, bald wird Weihnacht sein. Bald wird Weihnacht sein. Ich liebe den Chorleiter und mein Mann singt mit und ganz viel Bekannte. Es war einfach toll. Sein Muss. Also es war wie immer sehr, sehr stimmungsvoll. Was mich besonders gefreut hat und was mir aufgefallen ist, ist, dass es von der Liedauswahl her sehr interessant war. Es waren Lieder, die nicht immer zum Advent gesungen werden. Mir hat es sehr gut gefallen und gratuliere dem Chor, dass er das so schön hingebracht hat. Amen. 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 Amen.